Ah, geh mal da noch mal rein. Das ist immer eine super gute Frage. Upi, dupi, dupi. Was läuft, was läuft. Willkommen zum nächsten Video. Ich habe heute Nachricht, da habe ich erst überlegt, ob ich überhaupt hingehe. Pass auf, hört mal hin. Das ist menschlich schon sehr enttäuschend, ne? Sagt ehrlich. Moin, Revy, Max hier. Könntest du, Knott, eventuell sagen, dass ich ein Ticket kaufen müsste, weil ich nicht auf die Gästeliste packen kann? Weil die Leute meinem erst nur zum Entertainment und Faxen machen da und Content erschnurre. Er versucht, sich ja überall hochzuziehen. Wäre super, wenn du ihm das irgendwie schonend erklären könntest. Danke dir. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich überhaupt noch hingehen soll, ne? Kumpel war da, hat noch nie einen berühmten getroffen, jetzt schon 10. Ja, Bruder, das muss man auch sagen. Es war halt an den Armen wirklich jeder da, Digga. Jeder war bei dem Event, Digga. Wer sich da als Content Creator nicht blicken lassen hat, Digga. Irgendwie als wenn er abgeschrieben wäre, so. Weißt du, ich meine so? Und same, oh Digga, der Headclitch ist wieder da. Der Flitzer im Knossi-Bahnemantel. Ehrenflitzer. Da war ein Flitzer? Ja. Lol. Ja, Bruder ist aber nicht nackt, ne? Botananzugan. Äh, Botananzugan, sag ich schon. Ne, ist denn der? Fuck, wie hieß denn der Typ damals? Das sind die besten Securities überhaupt. Und das kannst du jetzt auch so klippen, ich werde morgen nüchtern sein. Du wirst mich morgen mit keinem Schuck Alkohol und mit einer Cola Zero in der Hand erwischen. Ich werde morgen nicht denken. Habt ihr noch nicht gesehen? Also das Event war gut, Digga. Ich glaube, die haben das halt perfekt nicht gezeigt. Weißt du, ich meine so? Wie, ja, nackt. Der war nicht nackt, Digga. Der hat doch diesen, 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 wie heißt denn das, Digga? Boratanzugan, gar Borat, Digga, Borat. Ich werde morgens trinken. Ich will wieder, ohne dass ich hinfalle, hinkommen. Dann kriegen wir extra, okay. Kriegen wir extra Likes, Chat. Extra Likes. Kennt man. Nein, das habe ich nicht zu dir gesagt. Wer spricht denn da überhaupt mit euch? Wie ist das aus? Ach, Toni, was geht? Alles Gute, mein Junge. Ob ich ein Bild senden kann und deswegen wollte ich fragen, ob du mir... Bruder. Bruder. Digga, Geist hat Körper verlassen. So ein Ding ist das. Also wir haben schon viele Leute erschrocken bei mir in der Bude, Digga, aber so hat sich noch nie jemand erschrocken, Digga. Bist ingame nicht mutiert, drauf geschissen, Alter. Kommt her, ihr wisst da. Oh. P**st dich, Junge. Äh, tsch, 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 tsch. Ich gebe dir runter. Hä? Viel Spaß. Das war ein Rärm, Bruder. Das ist ein Banngrund. Die sagt dir ehrlich, wie es ist. Ich habe damit nichts zu tun. Ich sitze das, die mich da machen, Digga. So eine Wichse, Digga. Buzza. Buzza. Willst du meine Hunde drehen? Das war so klar, Digga. Das war so klar. Oder wie dein Bann? Boah, das gibt so Ärger, ne? Ich habe auch eine. Mit der hinten drauf. Eiffelturm bleiben. Buzza, ist das nicht diese Freiheitsstatue? Bruder, ach du Scheiße. Paris, Paris, Edition. Buzza, das macht der doch mit Absicht. Was macht der doch mit Absicht, Digga? Gib mir mal die, die, die Powerbank. Bitte. Steht da auch der, oder ist das so? Oh, nee, Digga. Also, das ist so nicht mal Rotza-Sau. So ein kleiner Wichser, Digga. So eine, Digga. Hat er an meiner Powerbank seine E-CD aufgeladen? Oh, nein. Das, was wir noch gewinnen. Schade. Auch wenn das Defenders-Side ist. Ras-Bee-Team. Ras-Bee. Verstehen die das? Alter, geantwortet. Hey. What the f***? Sage. Help me, Sage. Sinne, wie süß. Thank you. Come on, come on, you. Here for us, let's head up. Das frage ich mich aber auf. Wie kann man 1,92 Meter groß sein, so gebaut, Digga, und aber so eine Stimme haben? Da passt doch irgendwas nicht. Wurde panisch gebannt, weil er mit Montes-Eck reingegangen ist. Ja, was dachte ich denn, das wäre, äh, der Eck wurde gehackt. Ach so. Ach, lol. Dann stand das, also scheiß drauf, was er lang geschrieben hat, von wegen, äh, Banngrund-Diebstahl, oder? Ach, wegen Account-Diebstahl. Ach, alles klar, alles klar. Five, hey, Shane, der Beste, Bruder. Shane, der Beste. Aber jetzt noch mal kurz zu Trimix. Was ist denn da los, Digga? Ja, stark, fast, fast. Jetzt. Und ihr Wichser, ihr wollt, dass ich halt Battle-Range spiele, oder was? Nee, Digga. What the fuck? Das ist es, Max. Wenn du jetzt hier einfach Maus 1 gedrückt gehalten hättest, wäre er tot gewesen. Hör auf mit diesem Klicken, Digga. Mann, dann, dann, was ist das? Was seid ihr für ein Cut-Code? Rubatra sagt immer, wer klickt der F***? Und jetzt, jetzt klicke ich die ganze Zeit und Chef Strome sagt, das ist falsch. Was ist denn jetzt? Der wird wahrscheinlich nicht mehr verdammt. Oh mein Gott! Holy shit! Nee, Bruder. Auf keinen Fall. Wo ist Crouch? Wo ist Crouch? Pratt, pratt, pratt. So ein Hund, Digga. Let's go! Jetzt noch, was machen wir jetzt noch? EZ einfach. Jetzt sind wir drin. Jetzt bin ich Bail-Wit. Jetzt habe ich. Ist er ein Wichser, Digga. Ja, Bruder. Ich habe übel gekifft, Mann. Ich bin gerade so high, ich packe es gerade kaum. Ich frage mich auch gerade wirklich, ob ich existiere. Ich frage mich, ob es gerade alles real ist. Oh, Trenty. Nein. Ach, ja, da merkt man schon wieder. Oh, was ist das? Also auch das mit dem, wenn man Leute schreiben, du bist downed oder so. Die haben keine Ahnung. Das sieht man sofort. Das hier. Bruder, ist eine gedrehte Zigarette. Das ist ja, siehst du auch am Filter. Na, Vollpulte, Digga. So was von gedreht, Digga. Das ist gut. Halt mich sagen lassen, das ist so. Beste, Mann, Digga. Beste, Mann. Hab einen! Nein! Der darf auch nicht nur sitzen. Kommst du euch? Ey, das ist... Tod. Ich denke immer Harlad. Aber es ist... Rainer Jesus. Vor- und Nachname Rainer Je... Spielt der Erste... Bei BVB? Oder ist das Zweite? Jesus, Alter. Kennt ihr nicht? Ist klar, ich war raus. Kann der übers Wasser gehen, Alter, der Rainer? Ich weiß es nicht. Rainer Jesus, Alter. Was ist denn das? Tiro Immobilien! Tiro Immobilien! Petty. Ey, Bruder, seine Editing-Skills sind halt auch immer andere Level, Digga. Todlach einfach. Gibt's beim Fußball teilweise... Neben Spieler Drogen? Nee, ne? Oder? Wir sehen schon eine Deckkarte. Wax, Thai... What the fuck? Gana-Taserei oder sowas. Wunderbar. Wollte ich gerade sagen, das doch... Alles klar, Digga. Alles klar. Ich sag den Namen lieber nicht, ne? Ich sag den Namen lieber nicht, ne? Also Müll. Atlas Mbappe? Atlas Mbappe, Alter? Das ist er doch! Was für Atlas, Digga? Ja, also mein Ziel ist es heute, nach Köln zu fahren. Oder kaum in Köln. Überall Baustelle, Maustelle, Digga. Viva Kolonia! Verarscht! April, April! 1. April! Also muss ich auch einmal ganz kurz sagen, Digga, Tanzverbots-Streams sind auch immer andere Level, Digga. Andere Level, Digga. Ich hab mir den irgendwie um zwei Uhr nachts an Silvester gegeben, Digga. Totgelacht, Bruder. Totgelacht. Hallo! Kannst du dir vorstellen, einmal an so einem Event als Camp-Partei zu dem... Ja, ich würde da auf jeden Fall teilnehmen. Ich werde morgens trinken. Ich schwor auf alles. Ich verstehe, dass ich das schaffe. Schade. Aha, Karma. Gut, aber was war das? Beste Anmarsprache, den man hier so machen kann. Everybody's looking for love. Würde? Würgermeister, manche zeigt uns, Digga. Ach, Digga. Wer würde? Kurz dabei und Chat. Bruder. Alter, ich fühl mich gerade wie der Kameramann von Nico Beckstrand. Boom, ey, ich bin jetzt Reaction-Streamer geworden, Digga. Ich hör jetzt auch mit 2K, ich hab da keine Lust mehr drauf. Nur noch Reactions jetzt. Weißt du, als ich den Doku gedreht hab? Ab jetzt geht er rückwärts. Und hier kann man halt schön die Seele baumeln lassen, einfach, komm, Digga. Und da ist die alte Hood, bei der Fischstrippe. Die erste eigene Bude. Und ey, du bist der Beste. Und du bist der Beste. Da ist auch dieses Lügen-Detektor-Gerät rum. Genau, richtig, ja. Ey, es fühlt sich so ein bisschen an, als ob der Bürgermeister gerade durch seine Stadt läuft. Schwester. Ja, da oben war die Bude, ne? Das war schon eine schöne Zeit, Digga. Digga, sieht ein bisschen aus wie meine Stadt, ne? Ich find's bodenlos, dass man nicht mit Scheine bezahlen kann, Digga. Ich glaub, jede Stadt hat sich so aus, ne? Ja, ist jetzt ein bisschen unpassig, wenn ich die... Aber auf dem Spielplatz hab ich das erste Mal... Wo macht das Chatting rein? Stürmt, Digga. Wo, da ist halt meine Mods, kann ich auch einfach in die Tonne treten. Ich weiß nicht, warum ich meine Mods hier habe. Wirklich nicht. Sag mir nicht, warum... Ich weiß nicht, warum ich meine Mods hier hab. Ich hab meine Mods nur hier, damit sie mehr Kanalpunkte als andere bekommen. Ich schwör's dir. Das ist deren einzigsten Nutzer hier. Blöden Wichser. Bruder, ich sag nicht, seit Tag 1 umsonst buchst du gute Best-Hoot. Das, das, ekehaft. Wer war das? War das for real? Das, das hat er wirklich gespielt, ne? Ich guck noch mal ganz kurz. Schade. Zeig ich mal ganz kurz. Ach, seht ihr gar nicht, ne? Bitch. Schade. Ja, dann, ähm... Äh... Nächste Video, wa? Oder ganz ehrlich, ich hab das auch noch nie geguckt. Jo, was geht ab? Abfahrt. Warte mal. So. Jetzt können wir starten. Mach dir auch bald, hast du ja schon... Halt die Fresse, du kleiner... Ach, digga. Respektlos ist fuck, digga. Jungs, ich bin bereit. Ich hab mir gerade Cola reingepfiffen, ich bin auf Sendung. Was? Was läuft was? Ich bin bereit. Ich hab mir gerade eine Cola reingepfiffen, ich bin auf Sendung. Was läuft was? Leute, wir kommen zum nächsten Video. Fortnite-Turnier von Amar und, äh, Eddie Geller. Ellie Gellier oder so? Blut. Heute werden wohl die Teams ausgelost. Und der E-Sportler dazu ist... Komm, jetzt irgendwie so Wendel oder so. Na klar. Oh. Oh. Nein, nein. Es ist... Tatsache, man sieht es einfach nicht. Oh. Ja, normal, Sabo. Du weißt aber auch, ob da so was von mir Spaß ist, ne? Oder? Anscheinend nicht, ne? Ey, der heißt doch Vardail. Wixer. Ach, sch***, digga. Vadel heißt der. Der heißt Vadel. Vardail. Vardil. Vadel. Ja, sch*** auch. Ich bin Alex, ich bin 16 Jahre alt. Ich bin noch als Vardail bekannt. Die coolste Waffe, welche Waffe spielt es denn? Ich hätte ihn genauso genannt. Die Vandeal. Wie bitte? Vandeal. Vardil. Oh, ich kenn die gar nicht. Ist die neu? Er ist auch so ein Wixer. Kenn die gar nicht. Ist die neu? Ist rein. Bruder. Nächstes Mal auch, wenn ihr keine Ahnung habt, wenn ihr von irgendeiner Bad sprecht, digga. Und ihr nicht mal ansatzweise aussprechen könnt, wie die heißt, digga. Ich mach das genau so. Ach, du meinst die Vandeal. Letztes Mal war so ein Streamer, hat nichts verstanden. So ein Bann gekriegt. Selber, digga. Du musst aber auch dazu wissen, ne? Wir machen hier sowieso immer Spaß hier. Und gerade auch so einen Spaß. Deswegen werde ich das auch schon wahrscheinlich eher verstehen. Wenn wir es hier einen ernsten Grund haben, oder Leute hier auf ihre Wohlfühl-Kuschel-Basis auf Twitch unterwegs sind, so, weißt du? So, sich gegenseitig dauerhaft den Arsch küssen. Und da nicht ein Schimpfwort gesagt wird, dann ist klar, dass du bei so einem Streams auch gebannt wirst, digga. Ja. Aber mir bist du immer gerne willkommen, ne? Das weißt du. Ich hab die, ich hab die Kohle gezogen. Das ist mir, my pride. Nice, digga. Vorletzer. Unser erstes gemeinsames Date. Ey, muss man so viel Montana Black damit reinpacken. Wirklich. Stimmt. So, aber ich werde dich kurz alleine lassen. Ja, easy. Oder er kriegt hundertprozentig auch hin, dass... Aha, nice, das Bild gestoppt. Er kriegt hundertprozentig auch in seine Keramik-Zähne zu, äh, Gabe zu machen mit seinen Rauchen. Hundertprozentig, digga. Äh, äh, danke. Er soll es einfach mit dem Streamen lassen, dieser Loser. Das ist hart, Sabo. Das würde ich zu niemandem sagen, Bruder. Sollen ja alle ihren Spaß haben. Und gerade so, wenn sie es auch mit streamen können, so. Wenn sie dabei ihr Spaß haben, weißt du. Äh, aber man sollte definitiv auf Spaß vorlesen, finde ich. Gerade, wenn man sich im Internet aufhält, ne? Ach, du meinst ihn. Ach so, ja gut. Scheiß mal drauf, digga. Oh, ein Spaß. Montana Black. Kannst du auf jeden Fall lassen, digga. Auf jeden Fall, digga. Auf jeden Fall. Und dann bei dir so. Bruder, ich, ach komm, digga. Scheiß mal drauf. Abo Goku, so ein, äh, so hässlicher Vogelsünde. Was? Was? Er ist doch voll süß, hä? Hä? Hier ist die. Wo der Stuhl knarscht. Sag mal, Abo, geht das auch, oder was? Sicher. Digga, also ich sag dir ehrlich, der war so laut. Ich glaub, die hier vorne haben die das gehört. In der Shisha-Bahn-Din auch gehört, digga. Hart auf hart. Also ich kann mir diese RP-Scheiße gar nicht mehr geben, aber Abo Goku, so, was ich jetzt von diesen Videos und so sehe, digga, kommt mir eigentlich immer wie ein Korrekt darüber. Hätte ich jetzt sehr gerne einen After-After im Mund, digga. Und du weißt auch ganz genau, von wem wir gehören. Achso. Ja, hier war die Nudel. Ja, alles klar. Besser ist das, okay. Haben wir uns doch verstanden. Hä? Schade. 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 Ja. Nein. So sterb ich jetzt nicht. Nein, nein, nein. 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 Was ist mit der Qualität los, Alter, würde ich mich verarschen? Drei-hundert... Drei-hundert... Das ist ja voll geil, oder was? Full-Peace, wenn du ihn komplett geboxt hast, den Gegner. Das gibt auch zwei Ausrufezeichen. Es gibt, es gibt Full-Peace und Box. Du hast jetzt hier gerade ein ganz neues Team aufgetischt bekommen. Wir droppen, tilted und wir clean, tilted. W-King, Max Damage, Box, Shit on. Lass uns jetzt so spielen, Shit on. Griefen. Fission Dio, Dior Spray, wir haben alles. 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 Ich habe eine blaue Striker und eine Stachle Maschinenpistole in Grau. Aber dafür habe ich was anderes, Jungs, wollt ihr wissen, was ich habe? Oh, gehört sich gar nicht. Das ist das Gefühl, das wird die heute liebste Ding, das wird die Party des Jahres. Das ist ja, das sagt mir mein Instinkt. Ja, okay. Ja, allerdings mit Cringe, Sascha, ne? Kade. Fission holen, Bro. Sascha. Oh mein Gott! Was? Tomatenkopf. Wem guckt ihr hier zu? Hier, guckt euch das an! Das sind Pokale! Das sind Pokale! Was sind Pokale! Oh, 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 oh! Bruder, da bereut man so, dass man Corsmann behindert geworden ist. Ehrlich, direkt, Digger, direkt. Kann man auch direkt mit Stream ausmachen. Was sind Pokale! Was sind Pokale! Ja, okay. Das sind Pokale! Bruder, also Mathematik. Äh, ganz kurz Chat. Ehm, ganz kurz Chat. Ach, das ist ja nicht aktuell, ne? Warte. Ach, 67 Prozent, du Bastard. Warum nicht 69? Weiter geht's. Rechnen ist nicht so deins, ne? Ja. 1000 Leute sind Mitglieder für 2 Euro im Monat. Das sind 20.000 Euro. Mach jetzt eine Aufgabe, ich mach mal. 17 mal 4? Ja, alles nicht bis... Achso, 17 mal 4 ist, ähm... 68. 17 mal 4. Warte mal, was? 17 mal 4? Ja. 17 mal 4 sind... 68. Ist richtig. Ja, okay. Weil ich ein Macher bin. Ja, okay. Alle 100.000 Zuschauer, wenn jeder hier einen Sub raushaut... Allerrekt! 100.000 mal 4 sind 40 Millionen, ne? Was? 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 Ja, okay. Weil ich ein Macher bin. Ja, okay. Alle 100.000 Zuschauer, wenn jeder hier einen Sub raushaut... Wie viel Geld ist das? 100.000 mal 4 sind 40 Millionen, ne? Bist du... Hä? Wie kommt man denn da rauf? Ich hab nie... Bruder, ich hab doch keinen Taschenrechner ausgepackt. Hä? Was? Nee. Nee, Bruder. Oder 4? 40.000 oder nicht, hä? Nee, 400.000 sind doch 100.000 Zuschauer. Oder... Bruder, bin ich jetzt komplett behindert? Warte mal. Warte mal. Wie viel Geld ist das? 100.000 mal 4? 100.000 mal 4 sind... 400.000? 1.000.000, ne? Oder 4? Oder wie kommst du auf 40 Millionen? Na, ich geh ganz schön. Digga, setz. Was ist ein Macher bin? Da ist ein Macher noch! Sag ich doch! Wir können hier die pushen, 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 pushen! Was ist pushen, Digga? Was ist pushen, Digga? Was ist pushen, Digga? Wenn ich mal mit Shane spiele, ich schwöre sie. So, genauso sieht das aus. Genau so, Digga. Oder kalter Hund kann das auch sein, weiß ich nicht. Wisst ihr, wie man Job hat? Oh, Reason, bitte, übertreib mich! Was ist, was ist ein Junkhead? Theo King, da, voll auf Kuss. Wegen den 6-0, du Idiot. Ich hoffe, du meinst nicht mehr, ich bin Idiot. Was für, oh mein Gott, Rex, hä? Das ist Kampolin! Wo, wo seid ihr? Nein! Das ist auch gerade selber. Ich würde auch so paniken, Digga, kann keine Ahnung mehr. Das sieht bei mir genauso aus, wenn ich baue, Digga. So kam der auf die Million. Aber was für 6? Ach, Bruder. Lauf da rein, lauf da rein, lauf rein, lauf rein, lauf rein. Also ich mache so lange Solo, bis ich einen Win habe. Danach können wir in den Squad reingehen. Oh, komm. Wer jetzt sagt, dass wir dann heute nicht mehr in den Squad reingehen. Niki. Kusamo. Okay, Ladies, pass auf. Ich gucke jetzt einmal rein an das Großvideo vom Opa. Wenn du mich verarscht hast, dann ist hier was los. Halt die Fresse, Bruder. Was ist das? Wann, du, der Song, lass doch mal laufen. Ist das your first time playing? You will need to reboot your computer to contain you. Also der könnte dich auch schon wieder kotzen. Das war auch das letzte Mal, weil du mit meinem ganzen Leben. Okay, also ich bin Chamber. Sebo ist Kaju. Ich möchte auf jeden Fall nicht einen Agenten spielen, der irgendwie jetzt ganz dringend gebraucht wird. Ne, jetzt? Ist du überhaupt da? Ne, Bruder, ich sag, meinen ganzen Mods zu Mods gemacht, damit die mich am Ende ghosten. So ein Ding ist das. Das ist Gott in drei... Du kleiner Wichs, halt die Fresse! Ach, Digger. Bruder, ehrlich. Boah, jetzt ist echt die Schwier... Jetzt ist der Schwierigste von allen. Das kann ich sogar als Amateur sagen. Hä? Hat er nicht auch mal gesoffen in dem Stream? War da nicht irgendwie was? Deine Mates beleidigen dich. Die Gegner beleidigen dich. Die Beleidigung beleidigen dich. Bruder, komm mal, tuke. Ah, warte mal. Gib mal lieber Leuten Mod, die auch da sind. Weißt du, was das Ding ist, Connor? Wir hatten schon mehrmals dieses Thema mit Mods und so. Dann mache ich jedes Mal neue Mods. Und wenn ich dann neue Mods gemacht habe, dauert das zwei Wochen. Und dann kommen die auch wieder nicht mehr. Deswegen... Keine Mods. Und Connor, ich mag die viel zu sehr, dass du mich jetzt in zwei Wochen auch anfängst zu ghosten, Digga. Deswegen... Lassen wir das lieber. Oh mein Gott. Die werden Kerzen auspustet. Das ist so krass, Chat. Ich nehme, mein Goku. Komm rein hier, bitte. Und jetzt bleiben wir einfach. Wie komme ich denn da rein? Gib mir mal VIP. Da hast du den Shane nochmal raus. Kann ich Mod werden? Nein, Selmo. Ich bin da, Digga. Fickt euch doch mal alle, Digga. Gleich wieder Chat ausmachen. War viel angenehmer. Okay, wir müssen jetzt aber klopisch aussteigen. Kann man das sagen? Bruder, was gibt der jetzt knapp? Die Cola-Keks, Bruder. Die Cola... AAAAAAAAHHHHH! Die Cola-Keks, Bruder. Die Cola-Keks, Bruder. Wir werden von Wölfen gejagt haben. Hey! Woher kommt denn dieser Kalb jetzt, Bruder? Was ist das? Warum werde ich jetzt von Hunden angegriffen? Es reicht doch irgendwann, Bruder. Jeden Tag kommt irgendwas Neues. Woher kommt der Hund? Woher kommt diese Malle-Musik? Jetzt auf einmal. Aber... Bruder, what? Diese Geräusche... Ich kann mich nicht mehr... Wisst ihr, woran mich das erinnert bei den beiden? Neunte Klasse. Unangenehm, Digga. Warum darf ich nicht? Weil du immer am Headstück bist, Selmo. Bruder, ja, alles schön und gut. Aber wieso... 10K reicht lange nicht, Shane, Digga. Reicht lange nicht. Mein VIP zurückgeben tut es auch. So ein Wichser. Mau, Junge. Was geht? Alles gut bei dir? Wie geht's dir, Bruder? So, wieso, warum? Ich verstehe... For real, warum, hä? Ich weiß nicht, ehrlich. Ehrlich. Also, ich freue mich auch übel für euch. Ich bin nur so in diesem Moment, während ihr jetzt rummacht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Einer kommt zu... Tim Garby ist der weirdeste Mensch auf ganz fucking YouTube, Alter. Was ist denn? Bruder, dann geh doch einfach an, statt da sich hinzusetzen und zu erklären, was gerade in dieser Situation passt. Zu dir? Ja. Bin ich doch gar nicht mehr. Ist aber auch nur so knapp, dass du nicht mehr im Hacktage bist. Warte mal, Samo. Warte mal, ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich zeige euch das mal ganz kurz, Chad. Ich kann gar nicht so tief. Oh, Bruder. Ich kann gar nicht so tief. So, so, so sah Samo immer. Warte mal, warte. Oh, Bruder. Jetzt... Oh, Rücken gebrochen. Ich komme nicht mehr hoch. Chad, ich komme nicht mehr hoch. Chad. Ich komme nicht mehr hoch. Oh, Bruder. Habt ihr das knacken gehört? Ah, Gott. Auf jeden Fall. Jetzt, 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 jetzt ist er so im Hacktage, Digga. Das... Oh, Bruder. Oh, Bruder. Das war das letzte Mal. Oh, Gott. Das war das letzte Mal, Digga. Ach, Bruder. Fick dich einfach. Auf jeden Fall. Bist du immer noch im Hacktage, du Wichser. Oh, Bruder. Oh, Bruder. Oh, Bruder. Ich werde wieder gesenkt, Bruder. Oh, mein Gott. Ich habe mein Bild. What the fuck? Ich schwöre für Inscope gar nicht mehr, seit der mit seiner zusammen ist. Bruder, ich führe Inscope nicht mehr, seitdem er dieses komische Ding mit Sekt Plus hatte, Digga. Das war ja auch ein ganz weirdes Ding, Digga. Das war ja auch ein ganz weirdes Ding. Moe noch da? Ich habe nicht irgendwie deine Mom, Bitch. Maxi? Hast du Tourette oder so, Bruder? Alles gut bei dir? Nur als Stream-Titel. Halt die F... Ach, Digga. Bruder. Also, ich bin da. Wenn ich meinen Chat wieder lieb habe. Trotzdem Zweiter, also... Send die Ifda, komm später. Ach, Jungs. Ach, fuck. Wie ging das denn? Auf jeden Fall eine gute Ifda, Jungs. Guten Hunger. Lasst es euch gut gehen, Digga. Haut gut rein, Digga. Und Respekt daran, dass ihr euch auf jeden Fall dran hält anzfassen, ne? Kuss, kuss, kuss geht raus. Und, äh, ja, wie gesagt, Digga. Guten Hunger an alle, die jetzt anfangen zu essen, Jungs. Beide Teams nehmen hier dick Punkte mit. Hab Inscope noch nie gefeiert. Bruder, wir reden auch über andere Sachen als über das Video, ne? Beste Leben, Bruder. Ich liebe... Ohne Spaß. Ist jetzt auch nicht dumm gemeint oder so. Aber ich liebe das wirklich, Digga. Das ist mein Stream. Beste, Digga. Wir machen irgendwas. Wir haben einfach andere Themen. Inscope, Digga. Ja, früher hab ich den hart gefeiert, muss ich ganz ehrlich sagen, Digga. Aber als... Weiß ich nicht, Digga. Als die SecPlus-Ding da angefangen hat, Digga. Und man immer mehr komische Sachen von denen gehört hat. War weird, Digga. War weird. Und nun mal so, ich glaub, der hat damals auch gute Zeiten gehabt, so. So ein bisschen vergleichbar vielleicht mit meinen Zeiten. Bloß, dass er nie... Äh, äh... Ne, okay. Bisschen vergleichbar im Endeffekt. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine so. Ähm. Ich denke mal, das war so ein bisschen der Ausschlaggeber. Was für der echte Rentner. Bruder, du Hund. Chat, ich komm nicht mehr hoch. Chat. Ich komm nicht mehr hoch. Chat, ich komm nicht mehr hoch. Bist du ein Wichs. Aber was ist das denn? Wie man auch nur den Kopf sieht, ne? Chat, ich komm nicht mehr hoch. Bruder, seht ihr aber diese Angst in meinen Augen? Seht ihr diese Angst? No joke, Digga. Einfach. Chat, ich komm nicht mehr hoch. Chat. Cools Bruder, direkt runtergeladen. Du bist so ein Wichser, Digga. Du bist so ein Wichser. Er hat es schon im Sommer, sagen wir mal so. Genau das hätte ich gedacht, Digga. Ich werde dich auf die Pause setzen. Bruder. Ich werde dich auf die Pause setzen. Wreck auf die Pause, Digga. Wreck auf die Pause, Digga. Bis zum geh Muito. Ge��heira. Ab Fucking gut. Untertitelung des P sısseres. Du bist so ein Wichser. Sag in die motivativen Podcast. Du bist so ein Wichser. Willst du dich verendet. Du bist so ein Wyeber. Geschmack. terms Donat voor Yeahgin John. die P us famille nicht mehr hoch. Besbrachtat dir ein Wichserйips Dez. Was mein Wichser bil province? ungen jetzt T propias manipuliert?